Und Lenny und so'n Typen... Und so'n Typen halt nicht... Ich glaub, ich bestell mir auch was. Mama! Bestell mir Pizza! Ich hab Hunger! Bestell mir mal was! Bestell mir Pizza jetzt! Ach, not enough control, Lord! Sag an, da ist noch gar keine! So... Wo ist eigentlich dieses Kontrollteil? Hab ich aufgegessen! Was? Ding läuft! Hast du das im... Hast du das grad im Inventor, oder? Wie war das, Dele? Mit den Fakken, meintest du? Ja... Ich war's! Nicht! Hahaha! Du hast doch gewinnt, dass ich der ganze Zeit stand zuerst bei dir! Mit den Fakten hast du das im Inventor? Vielleicht! Na, ich dachte ja! Hier haben wir noch ne Aura-Not! Geil, ne Aura-Not! Ach, hat's Maul! Seja so Spiegel! Bisschen runterfahren lässt, ähm... Seja so Spiegel! Mach schonmal Jolorium Fuel Roads! Loool! Loool! Wat loool! 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 Ich camp grad gegen so ne Spinne im Nether! Hab sie getrült und auf einmal... Ah ne, das sind kleine Fingerviecher! Das ist nicht die Lurium Eikin! Ooooooh! Das ist nicht die Lurium Eikin! Yeah! Der Schmidt ist mal Minecraft bei mir! Cool! Loool! Aufnahmen läuft aber trotzdem noch! Sendest du... Schön! Haben die Begrün aber egal! Aaaaaaah! Eine kleine Pizza schonmal! Leck weg! Aaaaaah! Ich hab' mir grad auch Pizza bestellt! So geil! Hab ich gehört! Ja, hören hab ich... Hab ich gehört! Jeden! Irgendjemand ist auch gestorben! Hab ich gehört! Lenny! Lenny, brauchst schon wieder ne neue Spritze? Ne! Näää! Du brauchst eher oder nicht? Nä Confederge weekly wäschig! Okay! Dann kriegste keiner im Kopf. Auf sache ich hab das gesagt! Also nö, kriegste hast du keine! Wenn er nö sagt? Bist du wirklich ein Geschenk gekriegt bei Steam? Nö! Ne! Nanne! Naaaaa! Schöne Goldpipes hier, wo sind wir denn? Frutcuschus sagt nein Goldpipes, Diapipes Brauch mal erstmal Jahre dazu zu starten, meine Güte ey Seid froh, dass es nicht bekloppt ein Projekt ist Zehn mal so lange Das hat noch nicht mal Minecraft gestartet Ja, BTF, hast du jetzt noch den Reaktor-Dings? Nein, hab ich nicht Der hat doch gesagt Du hast Sehn Nein, hab ich nicht Ich bin doch gegangen Ah, jetzt Ich dachte, er ist ein Mädchen Ja, komm her Ich sag dir, ich bin ein Kind, ich wohne Ota, ich bin Axt auf dem Rücken Weißt du, jeder kennt das mittlerweile, haut doch einfach mal ab Was, nur kann man, du behindert bist Ich bin nicht behindert, ich bin was besonderes Besonders behindert, das wirst du Die Ärzte mit der Ich hab mich lieb, Jacke auch immer, ne? Ja man, die Hab mich lieb, Jacke, die hab ich sogar im Schrank sogar zwei von hängen Du bist denn mit dem, oder was? Ich hab dich lieb, Jacke Ich war gar nicht so, wie du da drauf kamst Der ist von mir, du Spasti Was, die hat mich lieb, Jacke? Nein, mit ihr Das kenn ich Ach, Jacke Hast du noch Grafit? Ich mach gerade Oben, in der Doppelkiste, zwischen meinen beiden Türen, da müsste noch Grafite drin sein Leer Achso Pech Leer Nein 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 Ey, Toni Ey, Toni Nein Nein Boah, das war ich Nein Ja, diese Bisschen, das ist normal Mann, war das übersteuert jetzt Ne, ne, das wird doch bescheuert, das Das ist normal Übersteuert Nein Alter, Junge Nein Nein Boah, hör doch mal auf, Wien da zu sein Das, das ist nicht mutlich Aufgeben ist keine Option Adrian Hitter, ich warne dich Könnt ihr bitte sagen, wenn ich die aufhöre, ich hab die gemutet Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht Ich glaub, wir sind fertig, oder? Nein Ich hab mich aufgemutet Ja Bleck, lass das einfach so Ich bin fertig, los Hey Wer wurde das gekickt? Ey, hast du den jetzt ernsthaft rausbaut, Centus? Wichtig? Ich hab gar keinen gemutet, das hab ich einfach nur gesagt, wo passt die Das ist ein Centus, das fehlt gleich sofort beleidigend immer Oh Immer, immer diese Menschen Ja, immer diese Menschen Ja, immer diese Menschen Nur diese Neuland-Menschen Wollte nur, dass er wieder reagiert Immer diese Menschen, voll die komische Fassade, hör Haha, voll die komische Rasse Boah, voll die komische Rasse Mann, die ist der Mensch Mann, schon diese Monat Boah, übertreib, wer ist in der Hölle? Ja, Monat Der erste deutsche Monat Warum spackt man in Minecraft jetzt so rum? Boah Ey, Toni, ich hab gehört Ich hab gehört, du kaufst jetzt eben Sid Meier dreimal Glaub ich muss sicher wirklich mal meine Aufnahme Drei Mal Mal gucken, ob ich endlich mal den Key Was geil Er sitzt erst auf dreimal Jawohl, Centus ist weg Ja, ungefähr Zumindest zweimal Ne, das ist egal Ne, das ist egal Ne, wieso zweimal? Ne, wieso zweimal? Ne, wieso zweimal? Wie kocht man so'n Spiel so oft? Die Scheiße? Na ja, steht hier Es steht hier Es steht hier, ich hab's zweimal gekauft Na ja, ich wocke mich nicht Ich hoffe, ich hätte zumindest zweimal die, äh, Order die Scheiße bekommen Ja, das war geil Können wir jetzt über Paypal dann geben noch Geld, oder? Ich glaub schon Ich glaub schon Hitler Erst in einem Jahr das Geld erhalten Ich will nicht Der kriegt das gar nicht Ist auch schön Nein, der kriegt das gar nicht Ich bin eigentlich asozial Doch Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Wo war jetzt der Fehler im Satz? Finde den Fehler Und dann das Beste ist immer noch Wenn dich jemand fragt, äh, was du trinken willst, ne? Also was, ne Du fragst jemanden, was du trinken willst Ne Ich schick euch jetzt ein Prud vor meinem Gesicht Wenn jemand fragt dich, was du trinken willst Und sagt dann, keine Ahnung, so Saft oder so Dann musst du sagen Wow, du bist der einzige Mensch, der vier, ähm, ähm, Rechtschreibfeder in einem, in dem Wort Bier machen kann Wow Dämlich Uploading File Was treffst du eigentlich ganz da, Toni? Ich versuch die ganze Zeit Ich bin grad bei meiner E-Mail am gucken, dass da da ist Da 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 ist Ja, dass da 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 ist Was soll denn da sein? Wenn das da funktioniert und das gut ankommt und das keine Abzocker oder Verarsche ist und das funktioniert dann ruhig wärs da auch Achja, hm Aber ich lass mich erst mal probieren Erst die Kleinforschung Ja, bei Gameladen hat's sowieso auch mal so 24 Stunden gedauert, bis der Key da ankam Mit der E-Mail Also bei MMOGA dauert es immer nur so ein paar Sekunden Ist Black? Ja, ja klar Ne, nein, 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 mein armer Key hat drei Tage gedauert Schlecht Mein Battlefield 3 Key hat zwei Stunden gedauert Mein Battlefield 3 Key hat zwei Stunden gedauert Also meine Keys, die ich immer geholt überall, haben immer so ein paar Sekunden gedauert, oder? Ja, das dauert ein paar Sekunden, dann sind die da Oder vielleicht eine Stunde, wenn die grad Wenn ich dann mit Trim Dann machst du dir die Keys Ja, dann klau ich den einfach Dann fahr ich zu denen Ich klau Key Crash? Ja Muss mal gucken Das ist egal Das ist egal Server Ja, ich hab mir ne eigene E-Mail geschickt Ich hab mir ne E-Mail geschickt Wolltest du mich push von deinem Gesicht machen? Wow Ja Wow War das Standard irgendwie komischerweise bei uns Ja, und push von mein Gesicht gemacht Ja Ja Thank you push, ey Geil, du hast einen push von deinem hässigen Gesicht gemacht, bitte Was macht BTF? I'm the one BTF? Ja Anscheinend Warum? Warum machst du das? Oh shit Darf ich keine push von eurem Gesicht machen? Nein Nee Nee Das ist, Mann, Alter Das ist ja noch schlimmer als schlimm So Wieder da Von mir Jetzt geht's ab Jetzt haben wir verloren In der Aufnahme Der lacht sich den ganzen Tag kaputt Jetzt ist nur ein Zeichen Woah Ehrlich Ja Blätschel, du musst doch mal push von deinem Gesicht Warum? Wir lachen alle Fenstrahl Oh, Fenstrahl, ist auch geil Mitten in der Aufnahme ist drin Mitten in der Aufnahme ist drin Was denn? Weck dir nichts Du Hure Du Hure Du Hure Und das ist mit der Hälfte kleine Spacki Stell dich Zeichen Ich zeige euch mal, was für ein Stück weg alles Schnellt, ich zeig euch mal, was für ein Stück weg alles Schnellt, ich zeig euch erstmal Schnellt, ich zeig euch überall auf Twitter, Facebook irgendwo Bin ich du Dich guck übrigens immer so Das wird das nächste große Internet-Meme Ja Er guck immer so erst, die sind die nächsten Partei, jetzt hab ich voll vergessen was ich machen wollte. Keine Ahnung. Joo. Achja. Achja. Ich stelle heute kurz irgendwo durch jeden Stelle. Kommt der Typ in dem Gesicht. Lass die Törtel du Affe. Ahhhhh. Ich hab's dir abgebaut. Ah. Ich hab keine Törtel abgebaut. Ah. Und auf wie in der Seite eigentlich? Ahhhhh. Der behindert ist das doch Standard, weißt du doch. So, mein Killer ist in Arbeit. Törtel, arbeite schneller. Wie jede ne Törtel will man. Arbeite immer schneller. Oh, WTF, Alter. Ohp. Geh mal weg. Was machst du? Achso. Aber nicht alles, ne. Ich brauch einen Eingang. Also ein Block muss frei bleiben da hinten irgendwo. Ich nehm mich nach oben bauen hier. Yay. So. Wo brauch ich sie hoch hier? Ähm. Vielleicht hast du die Handsore, oder hab ich die? Äh, die Handsore? Warte mal. Die hab ich auf jeden Fall. Warte mal. Ich schau mal grad den anderen Rucksack.